Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themenherrendüfte gehen soll. Und heute am Mittwoch, es ist Bergfest, der 24. Februar 2021, ist mein Duft des Tages, der Jungleman. Ich hatte ihn schon vor einigen Wochen mal getragen, er kommt von LR, das ist Health & Beauty Systems und da habe ich heute, wie gesagt, den Jungleman wieder aufgelegt. Er ist frisch, er ist grün und er hat doch eine ganz gute Projektion. Ich möchte aber jetzt nochmal und heute ganz speziell darauf achten, wie er sich in der Übergangsphase verhält. Auch gestern war es wirklich sehr schön sonnig, warm und da bin ich mal gespannt, wie er sich schlägt in puncto Performance und Haltbarkeit. Was trägst Du heute am Mittwoch? Das würde mich interessieren. Schreib mir wie immer einen Kommentar und ich denke, ich behalte das System bei. Jeden Tag, Punkt 9 Uhr, stelle ich mein Video online. Ich versuche es zumindest jeden Tag um 9 Uhr zu schaffen. Was denkst Du darüber? Schreib mir auch darüber einen Kommentar. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche Euch einen schönen Tag und beste Grüße bis spätestens morgen, Euer TK.